Stairway Simulator 2020 Kann man hier was angrabbeln? Nee, geht nicht. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich ne Crow... Oh, wir sind da. Mischwasch. Okay. Boah, ist ja ekelhaft. Also der hatte ihn rein oder was auch immer. Nachdem die den Frosch zitiert haben, hat er dem Rein hinterhergeschmissen. Ah, komm, das Wort halt. Ich habe gehört von anderen Lehrern, dass andere similarer incidents have occurred so far this year. Brian has been moved away from his friends in class and this has helped him to knuckle down. Head of Year comment. Brian's general attitude has improved since he has moved away from his friends. Brian has had any warnings about his behavior and attitude in school as a whole and in and it seems it may now be starting to sink in. Also wenn der mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden zu tun hatte, war er unausstehlich und war auch unverschämt zu dem Hausmeister. Und danke, Mantelrock, für die Übersetzung. Wow, das sind ja richtig viele Treppen. Da brauche ich aber auch ein Key-Ding. Nein. Eine Key-Karte. Willst du mich verarschen? Ich brauche eine Key-Karte. Jetzt ernsthaft? Ich habe doch jetzt wirklich alles durchgesucht. Wo zum Teufel soll ich hier jetzt bitte eine Key-Karte herkriegen? So. Wer immer mich verfolgt, der soll jetzt herkommen. Dem haue ich eine auf die Rübe. Und dann gibt er mir die Key-Karte. Wo bist du? So. Wo kriege ich jetzt bitte eine Key-Karte her? Mach hier mal die Türe zu. Ich mag offene Türen nicht. Zu in den Türen sind auch nicht viel besser, aber trotzdem. Hier ist ein offener Locker, aber da ist nichts. Wo um alles in der Welt kriege ich jetzt bitte eine Key-Karte her? Art-Room ist dicht. So. Okay. Wir haben einen relativ großen Bereich hier in der Schule. Aber vielleicht kann ich die Stairs da drüben doch hoch. Kann ich? Nee, okay. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber der ist anscheinend nicht dafür. Ähm. Vielleicht müssen wir doch da hinten die Stairs hoch. Wehe, da oben ist jetzt auch was mit einer Key-Karte. Also im Moment ist es tatsächlich nur atmosphärischer Horror. Mikrobar. Die Crowbar habe ich auch noch nicht. Weißt du, das ist offen und der sagt mir, ich brauche eine Crowbar. Das ist sehr, sehr sinnreich. Was haben wir hier alles? Hier sind nur Kisten und alles. Wehe, da oben ist jetzt auch ein Ding mit Key-Karte. Dann las dich aus, ich sag's. Wow, sehr geil. Ja, nö. Das hat man einfach mal komplett verbarrikadiert. Das ist doch wohl nicht wahr, oder? So. Okay. Hat jemand von euch eine Idee, wo ich diese beschissene Key-Karte herkriege? Beziehungsweise die Crowbar. Ich habe nämlich echt nirgends was gesehen. Und ich habe doch wirklich alles durchsucht, wo wir rein konnten. Und wir haben ja auch den Schlüssel. Brauche ich den Ofen? Okay. Die liegt ja auch nicht irgendwo einfach so rum, ne? Also. Ich kann jetzt auch nochmal alle Klassenzimmer abklappern, aber... In keinem Klassenzimmer habe ich eine Crowbar gesehen. Und die Putzfrau liebte ihren Job. Man sieht sie ja. Total. Das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Ich brauche unbedingt eine Crowbar und ich brauche die Key-Karte. Und ich habe tatsächlich alles durchgesucht, was ich durchsuchen konnte. Und das mit dem Computer habe ich auch noch nicht... Weißt du, ich meine, das hier ist ein... Geht nicht, okay. Da ist ja auch was gebraucht. Ja, für den Computer habe ich auch was gebraucht. Aber ich habe hier schon alles komplett durchgesucht. Ich verstehe es nicht. Es reagiert hier nichts mehr, wenn ich hier draufgehe. Ich kann es nur durchsuchen, wenn der Punkt in der Mitte rot wird. So. Jetzt kann ich hier was machen, aber ich benötige hier noch irgendwas dafür. Es ist nur die Frage, wo zum Kuckuck. Ist das das, was ich benötige? Hier ein Wischmob. Kann man den Quatsch hier mal aufwischen hier? Okay. Ja, bei dem Fragezeichen muss ich irgendwas machen, aber ich weiß nicht, was ich da machen muss. Die Locker sind alle dicht, da kann ich nichts machen. Die Kisten habe ich eigentlich alle angeguckt. Oder vielleicht war das ein Hinweis, wo der Typ da vorhin die Türe aufgeschlossen hat. Wir sind von da gekommen, ne? Glaube ich. Moment. Ja. Aber da hinten waren wir doch auch überall drin. Kann ich auch nichts machen. Das ist die andere. Das ist, wo der Atom zu ist. Okay. Oh Mann. Ich brauche tatsächlich eine Crowbar. Irgendwo muss eine Crowbar sein. Das ist natürlich nur die Frage, wo die ist. Hier die Toilette ist zu. Das ist auch zu. Hm. Computer Lab. Hierfür hatte ich den Schlüssel gefunden. Aha. Okay. Vielleicht ist hier eine Crowbar. Das sieht genauso aus wie das Ding von drüben. Nichts. Hier steht nichts. Okay. Wofür brauche ich das jetzt? Was ist hier? Date 1110. Mr. Sterling. Könnte das eventuell das Passwort für den... Wieso kriege ich denn die Batterien gefunden? Wofür brauche ich denn den Bildschirm einschalten? Okay. Das wird gleich richtig eklig, habe ich das Gefühl. Dreieck? Boah, das Geräusch war gerade übel. Okay. Boah, die Musik, ey. Okay, wir brauchen also... Das hier ist das Passwort, nehme ich an, von dem hier. Ich kann hier aber nichts machen. Irgendwas passiert gleich. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Oh, die Musik, ey. Junge, muss der das jetzt ändern? Ja, aber der geht ja nicht an. Das siehst du ja. Wir sind hier nicht im Realleben, nur dass du das mal gehört hast, ne? Ich glaube, dass das hier das Passwort für den hier ist. Weil die das gleiche Symbol haben. Aber ich kann hier nichts machen. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tun soll. Irgendwas muss ich tun, sonst wäre ich hier jetzt nicht drin. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Left Alone. Ja, ich habe ja das letzte Mal tatsächlich hier aufgehört, wo ich bei dem Rätsel hier hängen geblieben bin. Und ja, es tut mir leid, ich habe da relativ schnell dann auch das Spiel beendet, nachdem ich hier frustriert nach ganzem Suchen und tralala hier nicht rausgefunden habe, was ich denn tun muss. Ich habe geguckt, ich habe geluschert, tut mir leid, das habe ich tatsächlich gemacht. Das kommt immer wieder mal vor, dass man, wenn man nicht weiterkommt und man halt auch nicht weiß, was man zu tun hat, bevor man hier ewig und drei Tage rumrennt und versucht rauszufinden, was man denn zu tun hat und hier euch nicht langweilen will. Es soll ja ein Let's Play sein, dann schaut man halt mal zur Erinnerung. Ich bin hier gerade live auf Twitch zu sehen. Deswegen ist das Ganze hier auch kein normales Let's Play, sondern ein Live-Let's Play. Nur nochmal zu erinnern, ich habe gerade gedacht, da läuft was. Oh Gott, das will ich. Auf jeden Fall, ich habe geguckt, ich weiß jetzt, was ich tun muss und es hat tatsächlich mit diesen Symbolen hier zu tun. Diese Symbole sind ja eins, zwei, drei, vier Stück. Wir haben den Stern, wir haben das Dreieck, wir haben den Kreis und wir haben da hinten, was ist denn das eigentlich? Das ist keine Raute, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Pfeil-Symbol, Tralala, ich weiß es echt noch nicht. Und die Räume haben ja schließlich auch, Hilfe, ich hänge am Tisch, haben Nummern. Ich meine, das ist jetzt Raum Nummer sieben und wir haben dieses Zeichen. So, ich möchte mir das mal kurz aufschreiben, denn ich habe natürlich geguckt, ja, und auch noch ein Stückchen weiter geguckt, bis der die Lösung hatte. Wo ist mein Kuli? Der ist da unten. Und zwar gibt es hier mehr Symbole, als ich hier im Raum auf den PCs habe. Also Zimmer und so. Wir haben jetzt dieses komische Zeichen hier, ist die sieben, das notiere ich mir jetzt einfach mal. Dann hatten wir noch den Stern und dann hatten wir noch das Dreieck und den Kreis hatten wir hier. Es gibt aber noch mehr Symbole. So, jetzt möchte ich euch das einfach mal zeigen. So, wir haben dieses Ding, das ist Raum Nummer sieben. So, jetzt muss ich, aus welcher Richtung kam ich denn überhaupt? Ich kam von da, also muss ich in diese Richtung. Gut, wir haben ja die ganzen Klassenzimmer und an den Tafeln haben wir ja schon gesehen, dass wir die ganzen Symbole haben. Hier zum Beispiel, hier haben wir den Kreis, das ist das, das ist die sechs. So, dann nutzen wir uns die Nummer sechs. Ähm, wo haben wir denn noch, waren da hinten noch einen Raum? Ich beeile mich jetzt mal kurz, damit es hier auch gut weitergeht. Hier war das hier und dann haben wir das hier und was ist das hier? Das ist das Dreieck und das ist die vier. Gut. Ja, britzelndes Licht ist nie gut. Jeder, der Horrorspiele kennt, weiß das. Ich glaube, die beiden Räume gehen nicht auf. Nein, dann muss ich gucken, was weiter vorne noch ist. Wie gesagt, jeder, der Horrorspiele kennt, weiß ganz genau, dass britzelnde Lichter nie gut sind. Hier haben wir den Stern und das ist die Nummer, hoppla, die Nummer zwei. Genau. So, aber wie gesagt, wir haben noch mehr Symbole, denn wir haben da vorne ja noch zwei Zimmer, die wir durchgeguckt hatten, die aber tatsächlich, hier, diese Raute, wofür wir die brauchen, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ja zwei Keycodes. Die Raute ist die 1. So, und dann hatten wir, ach nee, das drüben war nur die Toilette und ich glaube, mehr Zimmer hatten wir gar nicht. Ich gehe nochmal zurück, um alles zu gucken. Wir müssen dann gucken. So, ich schreibe die jetzt nur mal hier. Wir brauchen jetzt nur die, die in dem Zimmer sind. Das war der Stern, dieses komische Pfeilzeichen, nenne ich es mal, Kreis und Dreieck. Die anderen Symbole schreibe ich mir einfach nur mal so dazu. Einfach nur, weil ich es kann. Und wer sich noch erinnert, das letzte Mal, ähm, das letzte Mal war es ja so, dass man, wenn man, ups, bumm, ah, hier ist es, hier ist es noch. Dass man dann, da vorne dann kam noch der Typ, der die Schlüssel hatte und hat dann gekleppert mit den, mit den Schlüsseln und, ähm, äh, ist dann da in der Türe verschwunden. Der hat eine Taschenlampe dabei gehabt, ne. Ich habe den gerade nochmal verfolgt, weil man muss das tatsächlich nochmal komplett spielen. Dann haben wir hier das Dreieck. Hä, schon wieder? War ich hier gerade drin, ne? War das das, wo ich gerade drin war? Das ist Nummer 4. Ja, ja, passt. Okay. Und tatsächlich ist der, warte mal, ich zeige es euch da vorne. Weil man muss ja jetzt in diese Richtung, weil der Pfeil in diese Richtung geht. Und da vorne kam ja dann diese Sequenz, wo dieser Typ kam, der mit den Schlüsseln geklappert hat. Und eben, äh, dann irgendwo in der Türe verschwunden ist. Wer sich noch dran erinnert, ne. Ich habe das gerade eben, ähm, tatsächlich, ähm, nochmal erlebt. Weil, ich bin dann schnell hier vorgelaufen, weil ich den gehört habe. Und der läuft hier vorne. Ungefähr auf der Höhe, wo der weiße Punkt gerade im Bildschirm zu sehen ist. Da läuft er in eine Tür rein. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Hier ist alles dicht. Ne? Wenn du aber hier hingehst, das gibt mir immer noch Chills. Hier ist keine Türe. Der kann da gar nirgends irgendwo rein. Das gibt mir Chills ohne Ende, ey. Das ist ekelhaft. Ne, ich wollte euch das nur nochmal erklären oder erzählen. So, jetzt haben wir noch diesen Raum. Hier haben wir das Viereck. Viereck. Und das ist, Moment. Das, der Raum Nummer 8. Für irgendwas brauchen wir das auf jeden Fall noch. Ich notiere mir das Ganze jetzt einfach mal. Hier drüben ist auch offen. Aber das ist nur ein Storage-Room. Da brauchen wir sonst nichts mehr. Und da geht es ins Treppenhaus wieder hoch. Okay, gut. Also wir haben jetzt einmal, hier haben wir sechs, sieben Symbole. Und die jeweiligen Zahlen dazu. So, wir haben in dem einen Computerraum. Wann geht es denn hier nach? Ach da. In dem einen Computerraum, der da vorne ist. Ich darf mal ein bisschen schneller, damit das ein bisschen... Ich weiß, der Grusel ist gerade so aktuell ein bisschen raus. So, wir haben jetzt also Stern... Äh, Dreieck, äh, Kreis und dieses komische Symbol hier. So, in welcher Reihenfolge machen wir das Ganze jetzt? Stern... 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 Stern-Dreieck, das wäre 2, 4. Kreis wäre die 6 und das Ding wäre die 7. Also 2, 4, 6, 7. So. Wir haben hier drüben eine Türe mit Keypad. Ne? Hallo? Hallo? Jetzt. Ich würde mal sagen, wir das nochmal... Was haben wir gesagt? 2, 4, 6... Nein! Okay, nochmal. 2, 4, 6, 7. Und schon geht die Türe auf. Das war das ganze Rätsel. Wie gesagt, ich habe mir die anderen beiden Symbole jetzt auch nochmal notiert. Vielleicht kommen wir noch zu was. Auf jeden Fall kommen wir jetzt weiter. Und ich habe überhaupt gar keine Lust weiter zu kommen. Gut, wir gucken jetzt einfach. Und weiter habe ich auch tatsächlich in dem Let's Play, wo ich geguckt habe, tatsächlich nicht geguckt. Mach mal bitte die Türe zu. Nein, die geht nicht zu. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Wir brauchen immer noch eine Crowbar. Nicht freezen, bitte. Wieso freeze das Spiel? Das hat letztendlich auch nicht gefeiert. Okay, das ist irgendwie... Das scheint ein Plan von der Schule zu sein. School Lights. Aha. Stairs. Stairs A, Stairs B. Das ist hier, wo wir gerade sind. Kindergarten. Ja, der ist ja da abgesperrt. Da kommt man nicht. Oh, da steht Zeug davor. Der kommt von hier, sind nach da gelaufen, sind hier rüber, sind jetzt... Wir sind jetzt gerade hier irgendwo im Computerraum. Der ist irgendwo hier. Und wir müssen, glaube ich, nach oben. Beziehungsweise es gibt ja nur diesen einen Weg nach oben. Da ist eine Notiz, die werden wir uns gleich noch zu Gemüte führen. Was ist denn das? Pick up memory stick. Aha. Wozu brauchen wir bitte? Wir haben den Computer mit dem Fragezeichen. Das hier kann man nicht lesen, oder? Heißt es? Note, the ventilation system in Zone 4 in, oder ist, currently broken. A tall, was? Tall out has been made, but the, 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 oh, das, selection can not get out until monday. Das ist so klein geschrieben, das kann ich fast nicht lesen, ne? Bin Blindschleicher manchmal. Oh, okay. Äh. Ah, hier haben wir noch mal eine Report Note 4. Oh, da könnte eventuell die Klover sein. Also, um das mal kurz zu übersetzen. Ähm, der hat, ähm, der hat, ähm, ein Notebook, also ein Notiz, ein Notizbuch gefunden von, äh, einem der Security, ähm, Angehörigen, also, ähm, Angehörigen ist blöd, ähm, von den Angestellten, die wobei der Security gearbeitet haben. Ähm, und der hat Stunden von, äh, Überwachungskameramaterial, ähm, ähm, durchgeguckt und hat praktisch den Hausmeister entdeckt, äh, äh, auf einem Tape, ähm, der zwei Schüler eben runter in die Wäscherei gebracht hat. Und den einen hat er gefesselt und den anderen hat er mit einem, mit einer Art Waffe verprügelt. Ähm, und es war ziemlich, äh, schlimm, das Ganze mit anzugucken. Aber der Reporter denkt, es ist ein gutes, ähm, Beweismaterial für ihn. Ähm, die Polizei hat es dann eben abgedeckt, also, ja, ähm, ich sag mal, tatsächlich schon aufgedeckt, Cover-up ist aufgedeckt. Sie haben es aufgedeckt und das halt, äh, Prügel und, äh, Drangsalat, 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 wie heißt, sie haben die Schüler halt drangsaliert und das alles unter den Augen vom, vom Ober, vom Oberlehrer, also, vom, äh, vom, vom, vom Rektor in dem Sinne. Also, der wusste Bescheid, ne, und ich glaube auch, dass der Janitor, also, der Hausmeister tatsächlich derjenige, welcher ist, den wir hier... Immer, wenn man Dinge aufnimmt, passieren grausame Dinge. Aber hier anscheinend noch nicht so richtig, ähm... Der wusste tatsächlich wahrscheinlich, was da passiert. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, es will. War das eine gute Idee, dass ich das gemacht habe? I'm scared now. Warum hab ich das gedrückt? Ich glaub, wir müssen mit dem Memory Stick zurück an den Computer, der das Fragezeichen dran hatte. Ich denk, das probieren wir jetzt einfach mal. Ähm, da ist der Computer rum, das heißt, wir müssen in die Richtung. Wenn jetzt gleich irgendwas passiert, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich hab nicht weiter geguckt, aber ich werde schreien. Das Schild stand vorhin aber noch im Zimmer. Boah, boah, ich will da nicht hin. Leute, es ist noch Bockheld draußen, ja, aber... Oh. Es ist echt egal, wann du das spielst. Das ist einfach nur egelhaft und gruselig. Ich will da nicht laufen, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Wer spielt für mich weiter? Ich will nichts. Ich will doch einfach nicht sein. Da passiert gleich, was ich weiß ist. Wir müssen... Oh. Huh. Stand der da gerade auch schon? Wir müssen da vor. Da ist der Computer und wir haben den Memory Stick. Vielleicht ist da das Video drauf, vielleicht sogar. Okay, Augen tun durch. Ja. Wir können da nicht rein.